ja da draußen stand ja ich höre ich doch mein freund sonst kurz so ja geh weg hier ist keiner wo gehst du lang wo gehst du entlang geh weg da ist einer da halt den mund geh einfach das licht nicht sehen ganz oft geht auch weg Er läuft daaa So, wo ist der andere? Geh rein! Ach! Aschloh, Spiel! Steh auf! Der hat mich gesehen, aber warum? Wo lang? Was jetzt? Das ist... Sie sehen nichts mehr. Kann ich mich da jetzt umgucken? Ja, ich kann mich hier umgucken. Okay. Er kribbelt die Nase. Ah! 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 Meine Liebe, bitte versuch stark zu sein. Papa sagt uns in jedem Gottesdienst, dass der Herr uns in unseren Träumen und unseren Sünden zeigt. Und wir müssen uns diesen stellen. Sollten wir Gott gerecht werden, wollen wir die Vision schlimmer werden. Wenn die Vision schlimmer werden und die Träume vor uns machen Augen erscheinen. Machen Augen erscheinen. Machen Augen erscheinen. Harten Zeiten. Doch das Paranalyse ist auf der anderen Seite. Gott liebt uns und gibt uns nie wieder. Und nie mehr, Herr Sohn. Als wir tragen können. Auf ewigen Dein, Philip. Gott liebt uns und gibt uns nie mehr, als wir tragen können. Okay. Das ist. Putrea sieht. uarf. Und nicht. W компании från Sp viendo sie. Guds truth is Arau. Komm die Redse. With regard three of your religion. Das extra ranzoom finde ich hier geil Okay, hier geht's nicht durch Da vielleicht? Ja Vor ich da reingehe, schau ich mich etwas um Klar, über so ein kleines Ding, ich muss mich erstmal abstützen, um hochzukommen Warum nicht? Ah, da ist noch was? Nein Okay, drei Batterien Hier kann ich nicht lang Da sind doch welche Was macht ihr da? Fußball gucken? Standard Dinger? Wer spielt? Wie viel? Okay So Zu die Tür Genau, schmeiß sie einfach zu, es hat keiner Evangelium Salivan Knotz Knotz? Ja Kapitel 11 Die Scheide der Höhle öffnet sich bald und die Macht sinkt mit den Wetzsteinen und Messern der Hebamme Und der Feind ängstlich in seinem Gefängnis gereift in das Herrn Salivans treuesten Schülers Dessen Name Fall war Wall Fall Wall Ich sag Wall Und in der heimlich starr hält sich Und in der heimlich starr hält sich Und unbeschnitten im Herzen Wall Walls Geist stieg Hinab unter den von Gott verdammten und verhassten Und sprach mit dem Feind Und batete in der Saat des spinnenäugigen Lahmes Äh? Okay Ähm Wall Farid Template Und Gott Selbst Salivan Knotz Der ihn geliebt hat Und die Auserwählten Erlösung Zu Erlösung geführten Werden Ich hab das zu nicht gesehen das hier Entschuldigung Und der Herr sprach Lass Wall Und alle Ketzer 1000 zu 1000? Was ist das hier? Soll das ein Q sein? 1000 Qualen erleiden und 7 Mal 7 Schande Vor dem Tod Und im Leben danach Okay Okay Hier geht's auf jeden Fall schon lang 2 Kann das und 2 sein? Oder ist das einfach nur Ah ok Ich geb dir gar nichts. Gefeignisschlüssel, ok. Gefeignisschlüssel, ok. Das ist ein Schatten. Von wem? Gefeignisschlüssel, ok. Da gehts lang. Eine Batterie! Ok, hier nicht. Also hier. Alter! Fittich! 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 Was denn? Ach, Blut, ok. Hier wollen wir den Kreis. Ähm, die Kamera wegstecken. Das geht leider nicht so wie ich will. Hallo? So, jetzt haben wir. Drei Bandagen, eine müsste noch reinpassen. Vier Batterien? Ok. Ich wollte eigentlich nur spät und nicht komplett reingehen. Okay, was macht ihr hier? Oh, der ist an der Tür. Blockiert. Was auch sonst? Ey, hallo? 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 Ja, hallo? Nein, es ruckelt nicht, aber ich bin grad irgendwie hingeblieben. Hallo? Da ist ein Wege drin und ich öffne doch nicht die Tür aus den Schaden. Was macht er denn? Guckst du auch Fußball? Ich würde gerne wissen was da dran... Vorsicht... Geht... Warte mal, ich hab doch... Typische Runde in der Kneipe, oder? Lass mal gut sein, hier ist die Tür... Ich verzichte... Ich nehme dein Beutel! Ah! Au! Wo ist denn da? Wo ist denn da? Ja, dann lauf auch! Holla hin! Ich habe zu stoppen... Ich habe nur... Ich brauche... Oh Gott... Jesus Christ, Lynn! Was ist hier passiert? Ich dachte, du war tot. Wenn du sterben... Ich dachte, wir waren alle tot. Es ist okay. Ich bin hier. Wir werden raus, okay? Oh Gott... Was haben sie gemacht? Ich kann... Ich kann nicht sagen. Ich kann nicht sagen. Bitte... 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 Sie kommen! Sie kommen! Dann wel. Was? Ich weiß es nicht! Er ist wütend. Er ist wütend. Er ist wütend? Okay. Please Blake, I just want to get out of here. I'm pregnant. What the fuck is going on? I can't. Not now. Shhh. Let's just get away from this place. Please. Okay. Okay. Stay back! Don't be gentle. I swear to Christ, the first person who touches me loses their eyes. God, no! God wants the child. God wants the child. Get off me! Get off me! God wants the child. No! No! You motherfuckers! Get off me! You leave me alone! Get off me! Get off me! Get off me! Get off me! Fuck you! Get off me! Get off me! Get off me! What are these animals? For people? For animals? I don't know. I can't do anything else. I will get off me. Fuck you, god. And take off me. Was sind das wir gestalten? Was sind wir? Ich liebe dich, aber nicht wie ich. Ja, mein Lieb. Wir haben eine Mutter. Ich denke, ich werde dich wieder sehen. Oh. Oh. Oh, shit! Linh! Oh, Gott. Linh! Jesus. Jesus, Gott. Fuck, woher sie? Wir haben sie heretischen. Wir haben Linh eine Mutter. Es ist nicht nur ein Kult. Es sind zwei Seiten. Christen und etwas anderes. Das Haus brauche ich vielleicht rein. Ja, ich kann dich dort so machen. Ganz schnell auf. Rein. Abschließen. Gibt es hier drin irgendwas? Nein. Ich laufe außen rum. Ist sicher. Okay, hier kann ich mich schon mal verstecken. Und ich, komme ich da rein? Ja. Läuft er ernsthaft durchs Wasser? Gibt es... Toll. Taschenlampe. Gibt es hier keine Batterien, kein nichts? Oh. Oh. Dann gehe ich da gleich wieder raus. Ich kann nicht hier hinten lang gehen. Scheiße. Ich kann ja auch nicht lang. Warte los. Da haben wir jetzt gerade einen Mainrichter. Da sind noch zwei. Willst du mich verarschen? Wie viel da noch? Nein, nein. Hier ist keiner. wenn ich einfach renne jetzt bin ich da verarschen wie soll ich jetzt hier weiterkommen dreh dich rum und geh wieder ich will gar nicht weiterlaufen der ist die Tür aufgemacht, aber eigentlich nicht, oder? da gibt's ein Fenster da gibt's ein Fenster, bin ich drauf aber da ist doch sicherlich jetzt hier drin, oder? ich will gerne weiterfahren, weiterfahren, weiterlaufen ist er jetzt in diesem Haus, oder ist er nicht in diesem Haus? ich glaub das bleibt jetzt erstmal ein Rätsel, oder? warum? richtest du hier permanent meine Richtung? bist du bescheuert? geh einfach ja, er ist im Haus geht er auch wieder raus kommt er wieder? bleibt er weg? ja ja Was tut hier noch irgendwas? Ich bin ein kleiner Axazia Ach soja Wir können es noch ein bisschen rinchen und dann noch nicht er ist auf jeden fall im haus hier ist im haus wir kommen jetzt hier weiter drüben ist noch ein haus, dass es aber zu süß aussieht da kommt gerade einer aus dem wasser ich hätte mich noch drüben verstecken können dreht sich da mit Sicherheit gleich in unsere Richtung, oder? Nein, gut ich bin weit gekommen ich bin weit gekommen, oder? ich bin weit gekommen, oder? wo bin ich hier bitte? ich bin drüben, oder? aus meiner fucking mind ich bin weit gekommen, oder? du wolltest, äh, der Sekundenzeiger geht sogar auf der Hand ich habe einen Taster ist damit nicht ich weiß, dass ich es ich weiß, ich weiß Jessica und Lynn. Als wir... Oh, fuck. Ich bin zurück in der vierten Klasse. Und hier habe ich gedacht, dass es nicht mehr so ist.